hallo und herzlich willkommen zu build a bridge heißt das ganze spiel und auf deutsch heißt das bilde eine brücke mein name ist mark hoxie total falsch geschrieben und ja willkommen zur anleitung um eine straße zu bauen wähle das straßensymbol ich trinke jetzt noch einen schluck muss jetzt noch den deckel verschrauben und dann geht es los wir testen ein neues android game und wie immer gilt der hinweis wenn ihr von diesem projekt mehr sehen möchte dann lasst es mich wissen so jetzt vom punkt zum markierten ort ziehen ok perfekt beachte dass jedes element geld kostet stelle jetzt die brücke fertig wähle das holz symbol beachte dass autos nicht über holz fahren können ok gut setze jetzt ein paar weitere elemente sie ist so ein art strategie strategie spiel wir müssen immer eine stabile brücke bauen so dass das auto nicht abhauen kann und irgendwie beißt mich auf der brust da hängt aber das mikrofon ok ne das war falsch da will ich drauf erfolg freigeschaltet ok beende das level um missionen freizuschalten dann machen wir das doch mal ach du heilige scheiße diese elemente durch doppeltippen darauf entfernen ok das heißt jetzt brauchen wir kein holz sondern straße ich finde schade dass man das nicht alles an einem stück durchziehen kann wahrscheinlich wäre das spiel sonst zu einfach wir sind noch gut im budget wir sehen da nämlich oben unser budget wir haben 1420 von 3000 verbraucht und ein sohn pfosten kostet keine ahnung ok dann oh scheiße da haben wir was falsch gemacht denkt daran unterschiedliche materialien zu verwenden verwende straße und holzelemente ja das ist mir klar aber was zur hölle stimmt da jetzt nicht so was ist das nö 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 na hallelujah ok weiter zum nächsten level ok weniger wir geld ausgeben desto mehr sterne bekommen wir dreieckige strukturen machen die die brücke dreieckige strukturen machen die brücke sehr stabil so die schrift ist jetzt nicht so ganz optimal scheiße das wird jetzt schon schwieriger schwieriger hallo ob das so gut geht ich glaube nicht ja das ist cool ok bonus sammeln du hast erfolgreich deinen täglichen bonus gesammelt komm morgen wieder für mehr cool ok war jetzt nicht so ganz optimal aber hat funktioniert wenn du probleme beim bauen der brücke hast verwende einen hinweis ok das soll uns zeigen wie wir das bauen also finde ich eigentlich ganz nett das game so für zwischendurch ein wunderbares spiel ja das müsste so passen so ziehen wir hier noch ein holz ich ziehe noch da eins hin ähm holz hallo hallo scheiße meine güte ok so so das verbinden wir mal mit dem können wir das können wir das ne können wir das ne ok gibt zwei sterne gibt zwei sterne jawoll jawoll ja finde ich ganz cool mach macht sehr viel spaß es macht auch so ein bisschen süchtig irgendwie es ist eine faszination für sich aber oder schwede ok wir ach wo wir machen wir das noch mal ach wie das ist für mich eigentlich kann man hier gerade straße machen also und den kostet 100 okay dann ob das so stabil ist sollte es so aber gut halten schade die frage ist natürlich wenn der wagen springt wie springt er dann okay dann machen wir hier noch sicher ist sicher und lassen wir den wagen rollen oh shit nein scheiße warte mal wir checken es noch mal schade wie können wir das hier stabil irgendwie gut verpacken können wir eigentlich so jetzt müsste passen ja das war's für dieses video jetzt kommt eh die werbung vielen dank fürs zusehen und das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht kann es sein dass das spiel werbefrei ist ich glaube ja das spiel ist tatsächlich werbefrei jetzt gibt's stahl so was ähnliches okay machen wir das hier noch soweit fertig okay und das können wir tatsächlich hier komplett einmal hier an einem stück entlang ziehen oh ja was das budget überschritten wir fahren einfach mal oh das ging ja komplett in die hose okay das war's vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal macht's gut